hi ich bin der nico und ich begrüße euch auf meinem kanal der pusterfuchs und heute sind wir wieder bei mir auf dem hof und ihr seht im hintergrund hier meine pferde die fressen ständig heute und deswegen ist natürlich auch mein heulager irgendwann mal leer und ja das will ich heute mal auffüllen ich zeige euch mal wie das gerade momentan aussieht also so sieht mein heulager geradeaus ich habe schon ein bisschen freigeräumt hier auf der seite habe ich schon alle paletten hingestellt die denn immer runter müssen und das will ich heute mal auffüllen ich will zwölf ballen heu reinfahren mit meinem kleinen trecker ja für den zweck muss ich natürlich meine heumiete aufmachen die habe ich etwa vor einem halben jahr jetzt zugemacht dieses jahr probiere ich das erste mal mit dem neuen vlies habe ich euch schon mal ein video gemacht und jetzt bin ich echt mal gespannt ob das immer noch so trocken ist wie am ersten tag aber das gucken muss gleich mal an ja so sieht die heumiete momentan noch aus ja ich will zwölf ballen rausnehmen aber ihr seht ja bis hier geht ein ballen zwei ballen jede bahn besteht aus sechs ballen das heißt also zwei bahnen nämlich heute raus und dafür muss ich erst mal einiges abdecken dass ich muss jetzt hier unten erst mal die gewichte wegnehmen und dann muss ich einen auf reinhold messner machen und erst mal hier den mount heu besteigen um die plane unterzunehmen und dann gucken uns das ganze mal an und dann gucken uns das mal an Untertitelung. BR 2018 So, jetzt habe ich mir die ersten beiden Reihen abgedeckt. Da brauche ich nicht alle abdecken, wenn ich bloß die vorderen brauche. Und ich muss sagen, sieht ganz gut aus. Klar, hier ist es ein bisschen dunkler geworden, aber an sich alles noch schön goldgelb. Wunderbar. So, jetzt muss ich mir natürlich einfallen lassen, wie kriege ich die beiden hier weg. Die wurden natürlich aufgestellt mit einem großen Trecker, also einem John Deere mit Frontlader war das. Ich habe ja bloß meinen kleinen Traktor. Und wenn ich jetzt den unteren einfach nur wegnehmen würde, klar, fallen die dann runter. Aber ist natürlich die Chance auch groß, dass mir der oberste irgendwie auf den Kopf fällt, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen kletter ich mir nochmal nach oben, denke ich mal, und schubst den ersten einfach runter. Das soll ja nicht so das Problem sein. Wenn ich das per Hand nicht runtergeschubst kriege, dann muss ich mal gucken. Dann lege ich da irgendwie ein Seil rum und ziehe mir das mit dem Trecker runter. Aber ich probiere es erstmal per Hand. Jo, das hat gut geklappt. Jetzt hole ich mir den kleinen Trecker und fahre dann nach und nach die Ballen hier weg. Dann lege ich das mit dem Trecker runter. Dann lege ich das mit dem Trecker runter. Die anderen nehme ich jetzt einfach so mit dem Trecker raus. Da pieke ich einfach in den untersten Reihen. und hoffe, dass der oberste nicht zu weit wegrollt. Mal gucken, wie es funktioniert. Aber da habe ich jetzt nicht die Befürchtung, dass mir irgendwas auf den Kopf fällt. Wir schauen uns das mal an, wie das funktioniert. Mal gucken, wie es funktioniert. Jo, ihr seht, die Theorie ist in der Praxis was anderes, also muss ich die Oberlin offensichtlich doch nochmal runterkippen, das hebt der Kleine so irgendwie nicht. Naja, gucken wir mal, ich klasse das noch mal auf. Jo, so soll es eigentlich funktionieren, die kann ich jetzt einen nach dem anderen abtransportieren. Musik 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 librarians Musik Musik Ja, ich hoffe das. Ich hoffe, dass man es hier ein bisschen erkennen kann. In meinem Heulager ist das Licht immer nicht ganz so toll. Ja, Halbzeit, sechs Ballen haben wir drin. Und ich lege natürlich die Ballen, wenn ich sie reinbringe, auch erstmal wieder auf Palette, damit sie von unten jetzt nicht noch feucht werden. Die haben so lange schön trocken gelegen. Und ja, wunderbar. Noch sechs und dann habe ich erstmal für die nächsten zwei Monate Ruhe. Die erste Reihe habe ich jetzt weg. Das ging auch relativ gut. Bis auf, dass ich die untere Reihe nicht einfach wegbegehoben gekriegt habe. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Aber was soll's. Wieder was dazu gelernt. Jetzt muss ich natürlich erstmal die Paletten hier wegnehmen. Und die ruppe ich nicht einfach nur ruckzuck weg, sondern ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil ich natürlich erstmal kontrollieren muss, ob da nicht zufällig Igel drunter wohnen oder so. Und ich will hier auch nichts Platz machen, wenn die schon irgendwie sich eingeigelt haben. Dann muss ich gucken, wenn ich einen finde, der wird dann unquartiert. Und ich will hier auch noch ein bisschen wegnehmen. da waren jetzt keine igel unter und für die nächste runde werde ich mir mal gleich die drei oberen runter werfen ein bisschen manpower muss man da immer so einsetzen wenn man keine große technik hat aber wozu brauche ich große technik da würde ich gar nicht bei mir und den bergeraum kommen also reicht mir der kleine trecker der schon eine riesen hilfe für mich jetzt erst mal wieder auf mount heu geklettert und ihn ein wenig eingerissen die lange teilweise ganz schön fest aber so schon mal gut rest kann ich mir trecker machen ja ich bin noch echt angetan wie schön trocken das heu wirklich geblieben ist unter dieser unter diesen fließ ist ja wie gesagt erste jahr wo ich das mal ausprobiert eine gewisse feuchtigkeit hat das sicherlich auch aber normalerweise werde ich die jetzt ohne was so stehen lassen würden würden sich da richtig schwarze stellen bilden ich sag mal hier hat es leicht dunkel verfärbt wo sie aufeinander lagen aber wenn man die ohne was liegen wäre es schwarz könnte ich das alles wegwerfen ja gut liegen jetzt alle ein bisschen kreuz und quer aber das kriege ich mit dem kleinen trecker gut hin da braucht niemand für absteigen hat mache ich mit der paletten gabel oder mit der ballen gabel so wollen die restlichen sechs auch mal ins lager vr bilge vr vr Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die 12 Ballen habe ich weggebracht. Das hat auch ganz gut funktioniert. Jetzt decke ich den Rest wieder ab. Die drei Paletten, die ich vorne zu liegen habe, die lasse ich auch liegen. Da kann ich nicht das überschüssige Planmaterial sozusagen rauflegen, dass es nicht ganz auf dem Boden liegt. Dann decke ich es einfach mal hier ein bisschen zu, mache die Gewichte rauf und dann ist es hier schon wieder erledigt. Alles wieder schön verpackt. Denn ich denke mal die zwölf Balken, da komme ich erstmal zwei Monate mit hin. Dann braucht das ja nicht offen stehen. Ja, super. Klappt gut. Und dann werde ich sehen, ob die, die jetzt da so schön trocken liegen, noch drunter in zwei Monaten immer noch so gut aussehen. Aber bis jetzt alles super. Also kann ich die Plane immer noch empfehlen. Ja, bei diesem Wetter ist natürlich immer große Scheiße, dass man hier natürlich auch ordentlich Riefen reinfährt. Also ich fahre schon immer vorsichtig und versuche auch immer nur eine Spur zu machen. Mit dem kleinen Trecker mache ich natürlich nicht ganz so viel Schaden, als wenn ich mit dem großen Trecker langfahren würde. Ja, wenn das jetzt ein bisschen trocknet, mache ich das da ein bisschen dicht. Vielleicht hole ich mir noch ein bisschen Betongrissheiding oder so, fülle das direkt mal auf, weil ich ja sowieso immer diese Fahrspur habe. Naja, aber was soll's. In zwei Monaten muss ich erst wieder euch von der Miete holen, dann fahre ich nicht so viel kaputt. Ja, ihr seht, es gibt immer was zu tun. Wenn man ein Viehzeug hat, das muss auch alles versorgt sein. Ja, ballen. Die letzten fahre ich jetzt gleich rein und dann werde ich jetzt mal Feierabend machen. Schön, dass ihr dabei wart. Vergesst natürlich nicht den Abo-Button zu drücken, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ja, wenn ihr Fragen, Meinungen, Anregungen habt, Wünsche, was ihr nochmal sehen wollt oder so, immer drin in die Kommentarbox. Ja, und ansonsten sage ich, bleibt gesund, lasst euch nicht stressen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Ja, gut. Ciao. Ciao.